Heute werde ich die Inhalte aus der leider ausgefallenen Vorlesung vom 2.10.2018 als Video Ihnen zur Verfügung stellen und deswegen nehme ich diese Sitzung jetzt hier auf. Wir starten wie üblich mit einer Wiederholung dessen, was in der letzten Sitzung passiert ist. Dazu blätter ich nochmal durch meine Notizen durch. Wir haben uns letztes Mal beschäftigt mit der sogenannten unterjährigen Verzinsung. Unterjährige Verzinsung bedeutet, dass Sie ein Konto haben, bei dem ein nominaler Jahreszins angegeben ist, das aber in kürzeren Abständen typischerweise abgerechnet wird. Dann natürlich mit dem jeweiligen Bruchteil, das heißt, wenn Sie ein quartalsweise abgerechnetes Girokonto haben, werden Sie vierteljährlich jeweils ein Viertel der Zinsen abgerechnet bekommen. Das haben wir uns aber ausprobiert. Wie schaut denn das aus? Ein typischer Vertreter ist ein Girokonto. Wir haben es mit 15% mal durchprobiert und haben gesehen, am Ende des Tages kommt durch diesen Zinseszinseffekt, der da unterjährig entsteht, ein höherer Zins raus als dieser nominal angegebene Zins. Und das haben wir in eine allgemeine Formel gepackt. Die sieht so aus. Hier sehen Sie diesen nominalen Zinssatz. Der wird je nachdem Bruchteil davon gebildet. Wenn Sie Quartale haben, ist dieses M hier 4. Wenn Sie monatliche Zinsabrechnungen haben, ist das M 12. Das Ganze wird als Zinsfaktor dann wieder realisiert. Das heißt, dieser Viertelzinssatz oder der Zwölftelzinssatz kommt zu 100% dazu. Hier haben wir dann einen Zinsfaktor. Und da der ja M mal in diesem Jahr hintereinander verzinst wird, entsteht ein Zinseszinseffekt. Deswegen haben Sie hier diesen Exponenten stehen. Okay. Wir haben das dann auch ausprobiert mit verschiedenen M's und haben uns überlegt, was passiert denn eigentlich, wenn ich dieses M sukzessive erhöhe. Und da haben wir festgestellt, das wächst. Dieser Effektivzins wächst aber nicht über alle Grenzen, sondern da gibt es eine Obergrenze. Hängt natürlich von dem Nominalzins ab. Und diese Obergrenze ist der Grenzwert einer Folge. Und diese Folge hat als Grenzwert E hoch I nominal. Dieses I nominal gibt Ihnen dann einen speziellen Effektivzinssatz an. Und diesen Grenzwert, also für diesen Grenzfall mit unendlich vielen Verzinsungen, nennt man das Ganze dann stetige Verzinsung. Diesen Fall der stetigen Verzinsung brauchen Sie zum Beispiel an Kapitalmärkten. Sie werden für die Prüfung ganz pragmatisch natürlich explizit darauf hingewiesen, wenn Sie den verwenden sollen. Okay, wir haben dann weitergemacht, indem wir uns eine spezielle Situation angeguckt haben. Spezielle, kritische Situation, sage ich jetzt mal, bei denen das System, so wie ich es Ihnen bis jetzt präsentiert habe, mit unserer Sparkassenformel, der 30-360-Tage-Formel und diesen unterjährigen Verzinsungen, wo sich kleine Brüche im System zeigen, die gar nicht so klein sind, ehrlich gesagt. Angenommen, wir haben eine jährliche Verzinsung von 10 Prozent, wir rechnen mit der Sparkassenformel. Sie zahlen jeweils zur Mitte des Jahres ein und heben wieder ab. Dann ergibt sich ein Zinseszinseffekt nach der Hälfte dieses Jahres. Sie bekommen für die erste Hälfte des Jahres die Zinsen ja ausgeschüttet am Ende des Jahres, also genau in der Mitte. Und mit diesem Betrag inklusive Halbjahreszinsen gehen Sie dann ins zweite Halbjahr. Und dann haben wir gesehen, landen wir eben nicht bei 10 Prozent, was zu erwarten wäre bei einer Anlagezeit von einem Jahr und einem Jahreszins von 10 Prozent, sondern ein bisschen mehr. Diesen Effekt haben wir uns dann nochmal genauer angeguckt. Im Vergleich dazu jährlich am Jahresanfang eingezahlt und wieder abgehoben, kriegen Sie natürlich exakt die 10 Prozent. Wenn man sich diesen Effekt genau anschaut und diesen Zeitpunkt, an dem ein- und ausgezahlt wird, im Jahr jeweils variabel macht, aber die Dauer, die Laufzeit konstant lässt, dann stellt man fest, dass es dann Maximum gibt und zwar genau in der Mitte. Und das war genau dieser 1. Juli als Ein- und Auszahlungspunkt, da ist der Effekt am stärksten. Okay, wir haben das dann mit Analyse auch nochmal uns überlegt. So, ein weiterer Bruch in unserem Sparkassenmodell, in unserer 30-360-Tage-Methode ergibt sich, wenn Sie im Februar beispielsweise einzahlen und im März abheben. Wir haben ganz extrem hier mit einer Minute Einzahlung, also einer Minute Restzeit im Februar und einer Minute später dann wieder eine Abhebung agiert und festgestellt, das sind dann tatsächlich 13 Tage, die Sie bekommen, wenn das Konto entsprechend abgerechnet wird und bei einer entsprechend hohen Anlage wirkt sich das natürlich aus. Unser zweites großes Thema in der letzten Sitzung war das sogenannte Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik. Dabei geht es um den Vergleich bzw. um das Bewerten von Zahlungsströmen, das heißt mehrere Zahlungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf ein Konto eingehen bzw. abgehoben werden. Wir haben das ausprobiert mit zwei Szenarien. Einmal wird zu Beginn eine Summe eingezahlt, einmal haben Sie nach 5, nach 10 und nach 20 Jahren jeweils eine Zahlung. Und dann haben wir uns überlegt, wenn ich jetzt einen bestimmten jährlichen Zinssatz vorgegeben habe, die auf diesem Konten wirken, was ist denn dann besser? Welches Konto würde man vorziehen? Und die erste Idee war, das Ganze dann auf den Endzeitpunkt zu beziehen. Hier mit so einem Zeitstrahl haben wir uns dann überlegt, was bedeutet denn das, wenn Sie dann am Ende die beiden Konten sich anschauen. Klar ist, bei dem ersten Konto haben wir ja nur die eine Zahlung am Anfang. Wenn ich da mit der Zinseszinsformel ausrechne, was am Schluss rauskommt, habe ich diesen Betrag, die 132.000, oder wenn Sie die Einzelzahlungen auf dem zweiten Konto, hier zu den Zeitpunkten 15 und 20, wenn ich die jeweils verzinse, lande ich eben bei einem Betrag von 129.000. Dann ist klar, die 50.000 zum Zeitpunkt 0 sind besser als die drei Einzelzahlungen zu den unterschiedlichen Zeitpunkten. Obwohl, und das ist das Erstaunliche, die Summe dieser drei Zahlungen höher ist natürlich als die 50.000. Aber der Zeitpunkt spielt hier eine entscheidende Rolle für den Wert dieses Zahlungsstroms. So, wir haben dann als zweite Überlegung uns ausgedacht, was würde ich denn bei einem, nennen wir es dritten Konto, zum heutigen Zeitpunkt auf dieses dritte Konto einzahlen, um diesen Zahlungsstrom des zweiten, also vom Konto B, exakt zu replizieren, sodass ich am Ende genau die gleiche Summe drauf habe. Also ich möchte wissen, welche Einmalzahlung muss ich denn heute leisten, Zeitpunkt 0, sodass ich am Ende genauso viel auf dem Konto habe wie im Konto B. Das kann man machen, indem man entweder den Endwert hier dieses Konto B's diskontiert und mit der Zinseszinsformel sich überlegt, was wäre denn das für eine Einmalzahlung zum Zeitpunkt 0 oder, und das ist die einfachere Variante, man nimmt jede Einzelzahlung und diskontiert die und addiert dann die diskontierten Einzelzahlungen. Das habe ich hier angedeutet, indem wir, und wir haben es auch ausprobiert, indem ich jeweils mit diesem Zinsfaktor hier in diesem Diskontfaktor multipliziert habe. Das ist generalisierbar. Wir haben im Allgemeinen dann gesagt, wenn ich jetzt so einen Zahlungsstrom habe und ich diskontiere mit dem jeweiligen Kalkulationszins dem Zeitpunkt, zu dem die Zahlung geleistet wird, alle Zahlungen einzeln und addiere die auf, dafür steht hier dieses Summenzeichen, dann ergibt sich eine Zahl, die einer Einmalzahlung zum Zeitpunkt 0 entspricht, und diese Zahlung nennt man den sogenannten Kapitalwert. Der Kapitalwert fasst sozusagen alle Zahlungen eines Projekts, einer Investition oder eines sonstigen Zahlungsstroms zu einer Bewertungszahl zusammen. Diese Zahl ist wichtig im täglichen Geschäft, in Unternehmen ist eine zentrale Kenngröße für Projekte beispielsweise. Das Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik sagt Ihnen jetzt, wenn Sie zwei Zahlungsströme haben, zwei unterschiedliche, also zwei Investitionsalternativen, zwei Projekte zum Beispiel, und Sie wollen die vergleichen, dann berechnen Sie jeweils den Kapitalwert und wenn der Kapitalwert des einen Projekts höher ist als der des anderen, dann ist das vorzuziehen, weil einer höheren heutigen Zahlung entspricht. Das haben wir dann auch nochmal aufgeschrieben. Zum Vergleich von Projekten können Sie den Kapitalwert ranziehen oder Sie können auch Einzelprojekte damit bewerten. Typischerweise wird das gemacht in Firmen, wenn die Wahl besteht, führen wir ein Projekt durch oder nicht, rechnen Sie den Kapitalwert aus, wenn er positiv ist, haben Sie gute Chancen. Vorausgesetzt die Kalkulation der einzelnen Zahlungen ist seriös und gut durchgerechnet. Wir haben dann so ein Beispiel mal gemacht eines Projektes, das zum Anfang ein typisches Normalinvestitionsprojekt, zu Beginn haben wir eine hohe Investitionssumme zum Zeitpunkt 0, nach einem Jahr nochmal eine Million, die wir hier nachschieben, und dann sind wir von Zahlungen ausgegangen, die nach zwei Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren positive Rückflüsse bedeuten. Wenn ich jetzt nach diesem System diese einzelnen Zahlungen diskontiere, also auf den Zeitpunkt 0 beziehe, jeweils mit diesem Faktor, hier haben wir jeweils mit 1,2 hoch minus 10 multipliziert, das sind die 2 Millionen mal 1,2 hoch minus 5, da kommt hier die Laufzeit mit rein, dann sehen Sie, natürlich sind die 5 Millionen nach zehn Jahren aus heutiger Sicht sehr wenig wert, wenn ich die mit 20% diskontiere, sind nur noch 800.000. Wenn ich diese und andererseits, die Investitionssumme zum Zeitpunkt 0 wird gar nicht diskontiert, die schlägt natürlich voll zu Buche. Wenn ich diese Barwerte jetzt alle aufsummiere, das ist die Summe der Werte, die Sie hier in der Barwertzeile stehen haben, also die Summe der Barwerte, dann landen Sie bei einer negativen Zahl. Damit ist dieses Projekt vom Tisch, bei diesem Kalkulationszins. Okay, Projekt ist also nicht rentabel und eine Vokabel haben wir uns dann noch angeguckt. Das ist der sogenannte interne Zins. Wenn ich den Kapitalwert mit seinem Zahlungsstrom, also mit einer bestimmten Menge von Zahlungen, einer Liste von Zahlungen, in Abhängigkeit von dem Kalkulationszins mir anschaue und als Funktion interpretiere, dann könnte ich eine Nullstelle ausrechnen. Diese Nullstelle entspricht dann sozusagen genau dem Punkt, ab dem ein bestimmtes Projekt rentabel wäre. Wenn Sie einen höheren Kalkulationszins haben, wäre es vermutlich nicht rentabel, wenn Sie eine niedrigeren haben schon, sodass man ausloten kann, ab welchem kritischen Kalkulationszinspunkt oder ab welcher Rendite plus Risikoaufschlag, so haben wir diesen Kalkulationszins ja interpretiert, das Ganze funktioniert. Wir haben gesagt, als Regel, so als Faustregel kann man sich merken, wenn der interne Zins größer dem Kalkulationszins ist, dann ist ein Projekt rentabel. Das gilt allerdings nur bei sogenannten Normalinvestitionen, sprich, wenn Sie zu Beginn größere Investitionen haben und dann eigentlich nur noch Rückflüsse erhoffen. Wir haben den Excel-Solver verwendet, um mal auszurechnen, wie groß ist denn bei diesem speziellen Projekt, wie groß wäre denn da der Kalkulationszinssatz, der genau einen Kapitalwert von 0 Euro bedeutet. Da habe ich Ihnen dann gezeigt, mit dem Säuberkommen raus, einen Kalkulationszinssatz von 15,77%. Wenn er höher ist in der Firma, dann wäre das Projekt chancenlos. Bei niedrigeren Kalkulationszinssätzen könnten Sie das Projekt durchführen. Vielen Dank.